An die Welt Mein oft bestürmtes Schiff, der grimmen Windespiel, der frechen Wellenball, das schier die Flut getrennet, das über Klipp auf Klipp und Schaum und Sand gerennet, kommt vor der Zeit an Port. Den meine Seele will. Oft, wenn uns schwarze Nacht im Mittag überfiel, hat der geschwinde Blitz die Segel schier verbrennet, wie oft hab ich den Wind und Nord und Süd verkennet, wie schadhaft ist der Mast, Steueruder, Schwert und Kiel. Steig aus, du müder Geist, steig aus, wir sind am Lande, was graut dir für den Port? Jetzt wirst du aller Bande und Angst und herber Pein und schwerer Schmerzen los. Ade, verfluchte Welt, du See voll rauer Stürme, Glück zu, mein Vaterland, das stete Ruh im Schirme und Schutz und Frieden hält, du ewig lichtes Schloss. An die Welt An die Welt wendet sich hier jemand, der sich eigentlich von der Welt abwenden möchte. Mein oft bestürmtes Schiff, der grimmen Windespiel, der frechen Wellenball, das schier die Flut getrennet, das über Klipp auf Klipp und Schaum und Sand gerennet. Hier haben wir im Bild vom Schiff und seinem Passagier ganz den Gegensatz von Leib und Seele, von dem das Denken dieser Zeit so überzeugt war. Das Schiff ist der Leib, solange man irdisch lebt. Schicksalsschläge setzen als Stürme und Wellen dem an den Leib gefesselten Leben zu und lassen es immer wieder an Klippen scheitern oder stranden. Und dieses Schiff, also die sterbliche Hülle des Menschen, kommt vor der Zeit an Port, den meine Seele will. Der Port, der Hafen, ist also der Tod, und der Passagier, die Seele, geht hier an Land, also ins Himmelreich. Und das war schon immer ihr sehnlichster Wunsch. Oft, wenn uns schwarze Nacht im Mittag überfiel, hat der geschwinde Blitz die Segel schier verbrennet. Weitere Schicksalsschläge also, die außerdem eintreffen, wenn man am wenigsten damit rechnet. Wie oft hab ich den Wind und Nord und Süd verkennet! Wie oft also irrt man im Leben und fügt sich selbst damit weiteres Leid zu! Wie schadhaft ist der Mast, Steuerruder, Schwert und Kiel! Einerseits hat der Leib Schaden genommen, andererseits sind hier die Teile des Schiffes aufgeführt, die einen vorwärts bringen und Orientierung geben sollen. Steig aus, du müder Geist, Steig aus, wir sind am Lande! Was graut dir für dem Port? Jetzt wirst du aller Bande und Angst und herber Pein und schwerer Schmerzen los! Was also sollen wir uns vor dem Tod fürchten, wenn er uns doch von allen Leiden erlöst? Ade, verfluchte Welt, du See voll rauer Stürme! Glück zu, mein Vaterland, das stete Roh im Schirme und Schutz und Frieden hält, du ewig lichtes Schloss! Das Vaterland ist hier das Land, das die Seele betritt, also das Himmelreich. Dies ist ein Land, in dem man in Schutz und Frieden lebt, ganz im Gegensatz zum irdischen Vaterland, das vom Dreißigjährigen Krieg verheert wurde. Insofern ist es ein Land, das dem Bao 여기에 Kauf satisfy, das sind im frames verlängteoney Saint-Den für den Brauern. Wenn es uns beimmonth-язweren sind, dann noch nichts erfassen. wird vor Gonderlaufen über dasото, Vielen Dank. Vielen Dank.